Unser Podcast ist auch so ein Gute-Laune-Podcast. Wir haben auch schlechte Themen schon gehabt. Echt? Ja. Ich habe von deiner Familie aber schon lange nichts mehr geredet. Aha, 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 so. Das könnte auch... Oh, war der Schlagfeld. Das habe ich von ihm gelernt. So, auf jeden Fall. So was hätte ich früher nie, never, ever gesagt. Ehrlich gesagt, ja, stimmt wirklich. Du bist so richtig egal. Weil du mich so gemacht hast. Oh mein Gott! Nach 16 Jahren Ehe verkündete Sally Özcan auf Instagram das Ehe-Aus mit Murat. Eine eigentlich private Angelegenheit sorgt auf Social Media für einen riesigen Shitstorm, der sich vor allem gegen Sally richtete. Der Erfolg und das Geld hätte ihren Charakter verdorben. Sie sei undankbar und sei nichts ohne ihren Ehemann, der hinter den Kulissen Sallies Welt mit aufbaute. Nun macht Murat seiner Trauer auf Social Media Luft und scheint seine Trennung als eigenes Sprungbrett in die Öffentlichkeit zu nutzen. Wir fassen für euch die Ereignisse zusammen und diskutieren, wie wir mit öffentlichen Trennungen auf Social Media umgehen. So, wir fangen erst einmal mit Sallys Erfolg an, um zu verstehen, wie Murat und sie so verbandelt, verbündelt sind. Sallys Erfolg, ich habe noch nie jemanden so Erfolgreiches gesehen. Ich wusste gar nichts von Sally Convally. Wirklich. Schucke. Ich habe mich geschämt dafür, dass ich wusste. Wir wurden auch dafür geschämt. Wir wurden auch, wie könnt ihr das nicht wissen? Keine Ahnung, weil ich mir keine Back-Videos jeden Tag anschaue. Ich weiß es nicht. Ich weiß es, ich muss auch sagen, vor dem Podcast hatte ich keine Ahnung von gar nichts. Achso, du kanntest nicht einmal Sally? Ich kannte Sally, aber ja, so halt. Ich kannte Sally auch nur, wenn man irgendwie mal verzweifelt ein Backrezept rausgesucht hat. Und ich kannte sie auch, weil sie mit Nicolette gut befreundet ist und auch bei ihr auf dem Podcast war. Genau, die haben auch eine Back-Challenge gehabt bei Sally auf dem YouTube-Channel. Cool. Und die beiden verstehen sich auch richtig gut, also super süß. Ja. So, Sallys Erfolg, Facts und Zahlen, ist das erste Kapitel. Am 28. November 2023 erhielt Sallyha, aka Sally, die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg. Das Handelsblatt schreibt über sie und ihr Imperium. Wäre Sally nicht auf den deutschsprachigen Raum begrenzt, hätte sie längst ein Milliardenunternehmen. Sally ist rich. Sie hat einen erfolgreichen YouTube-Channel. Sie vertreibt erfolgreich Haushaltsgeräte, Lebensmittel, Pflegeprodukte und Kleidung. Sie ist sogar so rich, dass sie in ihrer Heimatstadt ein eigenes Silicon Valley errichtet hat und nun ein Silicon City plant. Das ist ja nämlich ein Sims oder so. Wir müssen das mal nachbauen bei SimCity. Oh mein Gott, stimmt. Und dann die Trennung der beiden. Und dann, als ob jemand im Pool oder so. Das sind die so schrägen Dinge, die aber... Ja, wo man dann die Leiter wegmacht oder so. Oder so Feuer anmacht und dann die Tür wegmacht. Es gibt so dramatische Videos auf YouTube. SimCity. Auf alle Fälle umfasst Sally Con Valley 4.700 Quadratmeter. Hier wird gearbeitet, gelebt und ausgebildet. Laut eigenen Aussagen verlässt Sally das Grundstück zum Teil drei Wochen nicht, weil sie halt so viel arbeitet. Sie kann da wirklich alles machen. Sally Con City, was in Planung ist, soll eine klimaneutrale Einkaufsstadt werden. Dort soll konsumiert werden, Arbeitsplätze geschaffen und interessant für Touristen sein. Es ist so witzig, wie jetzt gerade wir den Umschwung machen zu total konservativen Arbeiterstätten, die man früher in Deutschland hatte, wo alle in derselben Fabrik gearbeitet hatten und alle in der Nähe gewohnt haben. Ja, da sollen Werkstudierende leben und so. Witzig. Krass. Auf Sallys Imperium ist selbst Netflix auch merkensam geworden und ist an ihrer Erfolgsstory interessiert. Vielleicht werden wir in Zukunft ein kleines Special sehen. Wow. Ja. Sally ist eigentlich Grundschullehrerin und als sie nach ihrem Referendariat keine Stelle an der Schule ihrer Wahl gefunden hat, begann sie auf YouTube zu backen und zu kochen. Sallys Tortenwelt entstand 2013. Ihr erstes Video, Sallys Nusszopf, hat Stand heute 1,2 Millionen Aufrufe. Sie erklärt, dass es nicht den Durchbruch gab, sondern der Wachstum natürlich über die Jahre kam. Fühle ich. Zwei Jahre später wagte sie aber den wirklich professionellen Weg, als ihr zweites Kind gekommen ist und als sie in Elternzeit war. Sie begann mit dem Bau eines eigenen Studios und stellte auch jemanden für die Videos ein und da merkt man auch einen qualitativen Unterschied ihrer Videos. Es gibt schöne Thumbnails, man sieht das Logo von ihr und auch einen neuen Schnitt. Das ist nicht einfach nur eine Kamera, sondern du hast halt verschiedene Perspektiven. 2020 präsentiert dann Murat auf Sallys Kanal Sally Convelli und zeigt, was eigentlich hinter Sallys Welt steckt. Und das ist halt crazy, weil die hatten das so leicht angedeutet, dass da was passiert, aber dann wurden die Leute das so prästiert. So tada, das haben wir jetzt gebaut. Über Murat sagt Sally bei der Böhmermann-Kochshow, dass er die treibende Kraft hinter dem gemeinsamen Unternehmen war. Sie hat viel von ihm gelernt und weiß nun um ihr eigenen Unternehmergeist. Fun Fact, Murat ist Angestellter. Er hat keine eigenen Anteile an dem Unternehmen. Das habe ich nicht verstanden, weil bei Chiara Ferragni wussten wir, dass ihr Ex-Freund, mit dem sie ja das alles angefangen hat, eigene Anteile hatte und sie ihn auch auskaufen musste. Das bedeutet, dass er dann damals halt auch Geschäftsführer war von dem Unternehmen wahrscheinlich, was sie angemeldet hat. Und das ist halt hier nicht der Fall. Genau. Er ist nur Angestellter und er selbst bezeichnet sich auch als Spielerfrau. Die ersten drei Jahre, in der Sally halt mit Sallys Welt angefangen hat, ging Murat halt weiterhin arbeiten und ließ sie halt einfach machen. Widerwillig erklärt er. Er sah halt, mit wie viel Liebe und Leidenschaft und Drive sie das machte, verstand aber nicht genau, was da eigentlich geschah. Nach drei Jahren begann er dann auch für sie zu arbeiten, als er gemerkt hat, oh, uns hat gerade ein Margarinenhersteller 140.000 Euro angeboten. Ich glaube, da ist irgendwie mehr dahinter, als ich dachte. Und als das Geld reinkam, war da so, okay gut, ich widme mich dem. Weil er hat auf dem Bau gearbeitet, hat irgendwie nur 40.000 im Jahr verdient und hat halt gemerkt, so, okay, das, was meine Frau macht, ist crass. 140.000. Und sie hat das abgeschlagen, weil sie meinte, nein, ich backe nicht mit Margarine. Ich backe nur mit Butter. Nicht ins Haus. I could never. Ja, nee, ist so. Ich werde es angenommen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, also, ich würde jetzt nicht alles bewerben, so Glücksspiel und so muss jetzt nicht sein, aber Margarine. Ich mag ja auch Margarine, so ist es nicht. Na, wir mögen Margarine. Jawohl. Achso. Er kümmerte sich aber weiterhin um die Kinder, um den Haushalt. Er hielt ihr immer den Rücken frei. Er schaute auch, dass der Fokus in ihrer Leidenschaft bleibt. Und genau das ist so der Punkt, wo ich nicht genau verstehe, weil ich habe echt lang versucht herauszufinden, was Murat genau macht. Also, wie ist seine Stellenbeschreibung? Und in dem Video bei den Videodays, also quasi, es gibt die Aufnahme davon, von dem Video, das erklärt er halt, dass er wirklich echt guckt, einfach nur guckt, dass Sally sich mit nichts beschäftigen muss, außer dem Backen und kreativ sein. Er erledigt alles. Ja, okay, dann ist er halt einfach Ehepartner, indem er halt ihr wirklich... Aber halt angestellt, organisiert ist es... Achso, eine Mischung, glaube ich, aus Assistent. Ja. Ja. Und ich meine Vater, weil der kümmert sich dann halt mehr um die Kinder wahrscheinlich. Ja. Solche Sachen. Ja. So eigentlich das, was Ehefrauen traditionell ja für ihre Ehemänner gemacht haben, oder? Ja, jahrelang. Einfach komplett den Rücken freigehalten. Ja. Krass. Er selbst ist aber Teil von Sallys Welt, ne? Er hat eigene Back- und Kochrezepte, die er präsentiert. Er hat einen eigenen Podcast mit ihr. Er macht auch selbst Social Media. Er hat auch eine eigene Handwerkershow beim SWR und macht auch eigenen Content. Also, es ist nicht nur so, dass er halt einfach ihr nur den Rücken frei hält, sondern er macht auch selbst voll viel. Also, du merkst, als er Sally Convelli vorgestellt hat, der wusste wirklich, er kannte jeden, er wusste, was abgeht. Er hatte alles auf dem Schirm. Der ist halt einfach involviert, glaube ich. Genau. Was wir über die beiden wissen, wie sie sich kennengelernt hat, wie sie zusammengekommen sind. Sally lernte Murat während ihres Abiturs kennen. Sie war 19, er war 26 und er war Unternehmer. Er hatte eine eigene Wischerei und eine Videothek und auf der Suche nach einem Sponsor für das Abi ging Sally in Murats Videothek zufällig und beide verliebten sich auf Anhieb ineinander. Oh, wie süß. Ihr erstes Date hatten sie im Oktober 2007 und geheiratet haben sie dann im Juni 2008. Und seitdem sind sie verheiratet. Über ihr erstes gemeinsames Date sprechen sie unter anderem bei Shopping Queen. Er lud sie ins Kino ein und sie sahen sich einen Horrorfilm an. Perfekt. Ja, er meinte auch, warum soll ich mit ihr was Romantisches schauen? Ich möchte was Cooles mit ihr machen. Ja. Jan Böhmermann erzählte sie vor sechs Monaten, dass sie seine Intelligenz und seinen Humor mochte und dass sie sich auf Anhieb bei ihm aufgehoben gefühlt hat und sie hat das Gefühl, er macht halt einfach alles mit. Über Murat und seinen familiären Background erzählen Sally und Murat, dass er zwar total untürkisch groß geworden ist, er kannte ja wohl kein Türkisch oder so, er hat das durch Sally gelernt, türkisch zu sprechen, seine Mutter aber super konservativ ist. Sie darf zum Beispiel nichts von Sallys Imperium wissen. Weiß sie es immer noch nicht? Nope. Sally sagt halt so, die ist nicht so doof, die wird schon merken, was abgeht, wenn sie in Silicon Valley reinkommt. Aber sie denkt, dass ich Hausfrau bin, in der Küche stehe und Murat der Alleinverdiener ist. Murat erzählt seiner Mutter, dass er halt noch bei der Post angestellt ist. Darf sie nichts wissen oder weiß sie es aber nicht? Sie darf nichts wissen, weil dann würde sie ausrasten, sagt er. Und es wird richtig bizarr. Pierre Krause war bei denen zu Besuch und dann haben die abends gekocht und du hast schon gemerkt, und das war glaube ich vor sieben Monaten oder so, dass das Video veröffentlicht wurde, dass die Stimmung auch so leicht angespannt war. Und Murat hat ihm dann die Situation mit seiner Mutter erklärt und war so, ja, sie vertritt halt einfach das Weltbild, dass der Mann der King ist und die Frau in der Küche gehört, was für Sally der absolute Horror ist. Das sagt sie, das ist der absolute Horror. Sie kommt einmal im Jahr und sie muss halt alles tun, was Murat sagt. Murat setzt sich auf die Couch, ist zum Teil richtig frech zu ihr und redet wohl auch richtig fies mit ihr. Er meinte, es gibt im Türkischen so eine fiese Aussprache mit, also Vibe, bring mir jetzt den Tee, aber schnell. So sagt er das. Und du merkst halt, dass Sally voll davon genervt ist. Komisch, also es war eine komische Situation zwischen den beiden, was ich voll verstehen kann nach 16 Jahren, come on. Boah, ich verstehe das gar nicht, das ist mir jetzt so fremd gerade. Ja, das ist voll weird, weil, ja, es passt halt nicht, ne? Der traut sich nicht seiner Mutter irgendwie entgegenzutreten? Das ist es, ja. Der verehrt auch seine Mutter, ne? Also er hat ganz viele auf Social Media von ihr und so, die war glaube ich jetzt letztens krank oder ist noch krank, der verehrt sie. Aber da denke ich mir nur so, ich finde, ab einem gewissen Alter muss man sich emanzipieren können von seinen Eltern und von ihren Glaubensgrundsätzen. Und da muss ich sagen, das sollte spätestens mit 19, 20 passiert sein. Spätestens sogar? Es gibt Leute, die können es wahrscheinlich erst bis 40. Ja, ich kann es halt nicht verstehen, weil ich halt immer Konter gegeben habe bei meinen Eltern, egal was sie gemacht haben. Ich würde Leuten wirklich den Benefit of the Doubt, also spätestens bis man verheirten Kinder hat, denke ich mir, solltest du dich emanzipiert haben, vielleicht, maybe ein bisschen. Okay, gut, das ist deine Grenze, meine schon mit 19. Ja, ja. Komm mir nicht ins Haus, wenn du deine Mutter verhehrst. Auf alle Fälle ist es, ja. Was man immer wieder von ihnen und anderen hört, die beiden sehen sich kaum im Alltag und und weil das Gelände auch so groß ist und in vielen Clips sieht man halt irgendwie, wie Sally immer durch die Gegend läuft, wo ist denn Murat, wo ist denn Murat und irgendwie jemand versucht Murat anzurufen, der dann aus irgendeiner Ecke kommt, ich war hier. Super lustig. Und dass die auch im Rahmen ihres Podcasts über sich sagen, so boah krass, wir haben jetzt so endlich die Möglichkeit, uns wieder neu kennenzulernen, weil wir uns wirklich aktiv hinsetzen, einmal die Woche miteinander sprechen. Mein persönlicher Eindruck von den beiden, wie gesagt, ich habe die nicht verfolgt, die waren gar nicht auf meinem Radar. Ich finde sie super lieb, ruhig und sehr schüchtern und voll bodenständig, Murat aber auch, wobei Murat halt so wirklich so ein Gegensatz zu ihr ist, der ist halt forsch und laut und frech, hat aber dennoch so eine sehr liebevolle und ruhige Art. Ich finde, er gibt mir so Motivations- und Live-Coach-Vibes. Ja, voll. Der kann auch so gut reden, das ist krass bei diesen Vibe-Days, Video-Days-Videos. Vibe-Days. Das ist erstmal ein cooles Festival. Vibe-Days. Okay. Wirklich. Bei den Video-Days fing er plötzlich an, also es ging ja um die Beine und wie die halt das alles aufgebaut haben und dann sprang der auf und erzählt und macht so Mimik-Gestik und ich habe mir nur so, boah krass, ich könnte dem jetzt zwei Stunden zuhören. Der kann das richtig gut, der kann gut reden. Das muss man dem lassen. So, aber gleichermaßen zanken die sich auch oft. Mhm. Da, wo der da halt aufsteht und Sachen präsentiert, hat man oft das Gefühl, dass Sandy so ein bisschen genervt von ihm ist. Was ich auch irgendwo verstehen kann, wenn man nicht so ist. Ich kann das auch. Ich habe auch einen Partner, der sehr viel redet und auch gerne was präsentiert. Ich sehe es in meinen Marias Augen, wenn es so zu viel ist. Und ich finde, genau, ich bin ab dem Punkt so, please calm down. Ja. Und ich kann deswegen die Dynamik sehr gut verstehen, dass manchmal der Partner, auch wenn das eine Qualität ist, die man an ihm mag, manchmal echt too much ist. Und das war auch in diesem Video und in anderen Videos, wo man merkt, dass sie immer so ein bisschen leicht genervt von ihm ist. Und er ist halt so, er merkt halt nichts. Und das würde vielleicht dann zu dem passen, was er danach auch gesagt hat, dass er nicht so viel gemerkt hat. Ah, stimmt. Genau, und dass sie sich auch oft zanken, dass sie dem oft, kennst du Pärchen, die sich immer so passiv-aggressiv so Kommentare zu werfen, um nochmal zu sagen, das nervt mich an dir, an unserer Beziehung. Und das ist auch immer so kleine Sticheleien, wo du denkst, ah, das will ich jetzt nicht. Mach das zu Hause, ich hasse es. Ich habe keine Freunde mehr, die so sind, zum Glück. Oder angenehm. Und die letzte gemeinsame Folge der beiden, Podcast-Folge, war im Oktober 2023. Ich habe die gehört und man hat nichts über Trennung oder sonst was rausgehört. Das war ja ein Monat, bevor es verkündet wurde, oder? Oder war es verkündet? November, ja. Und danach kam nichts mehr. Krass. Ja. Ja, die haben, wird das wahrscheinlich vorproduziert, die wird nicht jede Woche ad hoc da sitzen und das aufnehmen. Ja. So, jetzt kommen wir zur Trennung. Von Sally und ihrem Mann Murat. Für sie war es klar, für mich war es nicht klar. Das ist das Motto von Murat. Können wir darüber sprechen, dass ich das oft echt nur von Männern höre? Ja. Wie kommt das? Ja, man sagt doch, dass Frauen irgendwie länger um die Beziehung wohl kämpfen, oder habe ich zumindest irgendwo mal gelesen, aber wenn es dann vorbei ist, dann machen sie schon dieses innerlich schon Schluss mit einem und wenn sie es dann verkünden, dann ist es halt so vorbei. vorbei. Und das ist immer so ein langer Zeitraum, der sich irgendwie so ergibt. Und anscheinend checken das Männer nicht. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Keiner guckt genau hin. Entweder sind Frauen supergute Schauspielerinnen, oder das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auf alle Fälle Beziehungen gibt, in denen Pärchen einfach gar nicht miteinander reden. Das merkt man ja, wie gesagt, ich bin ein riesiger Nicolette-Fan, die mache ich immer den Dirty Donnerstag. Und dann trägt sie ganz viele Anfragen von mehrheitlich Frauen, die halt das und das und das beklagen, aber dann schreiben, ich traue mich nicht, das meinem Partner zu sagen. Und sie so ist, redet mit euren Partnern. Was geht ab? Ich glaube, sowas gibt es oft. Da kann ich verstehen, wenn dann Männer sagen, ich habe es nicht kommen sehen, weil meine Partnerin nicht mit mir geredet hat. Aber ich kenne Freundinnen, die das auch sagen und die mir sagen, ich habe mit dem so oft darüber geredet. Das ist es ja. Also wenn ich an meine Ex-Beziehung zurückdenke, wo ich dann den Schlussstrich gezogen habe und auch gesagt habe, es ist jetzt vorbei, dass sie mir erstmal nicht geglaubt haben. Und gesagt haben, ja, aber wir können ja eine Pause machen und dann später nochmal. Nein. Wir haben, ich habe dir so, jahrelang sage ich dir schon, wo das Problem ist. Und ich habe dir gesagt, wenn das vorbei ist, dann ist es für mich vorbei. Und dann war es vorbei und dann so, ja Moment mal, wie ist es vorbei? Ja. Also so, es gibt halt beides. Das ist super komisch. Ist es, dass man Frauen ihre Probleme vielleicht generell nicht ernst nimmt? Die Frau, die heult wieder rum und die Frau, die meckert wieder rum und die Frau, die ist wieder hysterisch. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Ich meine, dieses meckernde Freundin, diesen Witz, den gibt es ja seit Ewigkeiten. Ja, klar. Und ich bin nicht der Meinung, dass das irgendwie von Natur aus so geregelt ist, dass die Frau das vielleicht Dinge mehr spürt als der Mann, sondern das ist einfach, glaube ich, dass man so konditioniert ist irgendwie. Klar, Frauen reden über ihre Gefühle, sie haben einen Kreis, mit dem sie sich austauschen können und Männer halt leider nicht, weil die Armen gelernt haben, deine Gefühle sind scheiße und haben keinen Platz in dieser Welt. Ja, vielleicht, ja. Ich finde das eine sehr interessante Sache, aber vor allem jemand, der eigentlich so lieb ist und so viel kommuniziert wie Murat, da fand ich das sehr komisch. Das heißt, das könnte ich mir wirklich nur so erklären, als du jetzt erklärt hast, wie Sally so von Natur aus ist, dass da vielleicht wenig Kommunikation stattfand. Maybe, dass sie halt vielleicht auch wenig geredet haben. Ja. Und für mich hat sich der Verdacht so ein bisschen, okay, jetzt werden vielleicht einige die Augen verdrehen, aber leider ist mir das Wort sofort eingefallen, dieses Toxic Positivity, so jemand, der einfach die ganze Zeit positiv ist und der Meinung ist, egal was ist, wir schaffen alles. Und das ist ein superschönes Mindset, aber manchmal reicht das halt nicht. So manchmal gibt es dann keinen Ausweg und vielleicht ist er nicht jemand, der sowas sehen will und sehen kann. Das kann gut sein, ja, weil er ist sehr positiv. Ja, auf jeden Fall und ich glaube, der hat nach den Sternen gegriffen und hat Sally die definitiv sehr viel unterstützt und ich denke, also so kann ich mir das nur vorstellen. Genau, am 23. November 2023 verkündete Sally auf Instagram, dass sie und Murat sich getrennt haben. Und da hat sie auch eine längere Caption geschrieben, die würde ich gerne vorlesen. Ja. Mal schreibt das Leben andere Geschichten und alles kommt anders als geplant. Es war schon immer mein Traum zu heiraten, eine Familie zu gründen, einen Beruf auszuführen, der mich jeden Tag erfüllt und ich wollte bis ans Lebensende glücklich sein. Meine zwei wundervollen Kinder könnten nicht perfekter sein. Sie erfüllen meinen Tag mit Glück, bringen mich zum Lachen und ich bin unendlich stolz auf sie. Meine Berufung habe ich gefunden und stehe jeden Tag dafür gerne ein. Die letzten Jahre stand unsere Beziehung aber unter großem Druck. Wir sind Eltern, waren Liebes- und Geschäftspartner, die Grenzen verschwimmen. Wir haben uns auseinandergelebt, sodass ein Miteinander immer schwerer wurde. Wir sind gescheitert. Nach einem langen Kampf um die Ehe haben wir es doch nicht geschafft. Also haben wir uns dazu entschlossen, uns zu trennen. Es ist immer besser, zwei glückliche Herzen zu haben, als ein gemeinsames Gebrochenes. Murat und ich werden aber immer in Liebe miteinander verbunden sein. Wir sind die Eltern von zwei wundervollen Mädchen und werden immer eine Familie sein. Wir möchten uns hierzu auch nicht weiter äußern. Bitte respektiert daher unsere Privatsphäre und auch die unserer Kinder. Wie findest du, hört sich das an? Und als Bild war nur Sally zu sehen. Super lieb. Also sie sagt, wir haben uns getrennt, auch positiv. Es war eine vernünftige Entscheidung, das zu machen. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Genau. Was vollkommen legitim ist, wenn man überlegt, die waren 16 Jahre zusammen. Er war wahrscheinlich ihr allererster Freund. Sie hat Abi gemacht. Ja. Sie hat Abi gemacht. Sie ist auch in ihrem kleinen Dorf geblieben. Sie hat da ein Imperium aufgebaut. Und es ist vollkommen okay, sich auseinanderzulehnen, wenn man diese krassen Entwicklungen halt auch durchmacht. Ja. Von 19 bis jetzt. Das ist schon krass. Wie alt ist sie jetzt? Mitte 30? 19 bis 16? Ja, die wird ja 35 sein. Ja. Das ist schon krass. Ja. Du bist ja ein komplett anderer Mensch. Ich fand auch, dass sich das eigentlich ziemlich gut angehört hat. Ja. Es ist halt immer eine beschissene Situation, vor allem wenn du der Partner bist, der sich nicht trennen wollte. Mhm. Aber genau. Sie konzentriert sich aber auf jeden Fall bei dem Trennungspost auf die Kinder, was ich auch immer gut finde. Und nimmt ein Beitragsbild von sich selbst. Und da habe ich noch eine Klammer geschrieben. Take Notes, Olli. Der einfach so lovey-dovey Hochzeitsbilder und alles mögliche gepostet hat. Ich einfach denke, nee. Unangemessen. Richtig unangemessen. Über den reden wir auch nächste Woche Sonntag, Kinders. Genau. Ihr könnt, ach ja. So, wie reagiert Murat? So. Murat hat einen Live-Trigger gestartet. Ihr hättet ihm folgen können unter der-murat-unterstrich. Und veranstaltete auch so eine Fragerunde halt auf seinem Instagram. Und da war zum Beispiel eine Frage, wieso habt ihr eure Trennung nicht zusammen veröffentlicht? Weil das war ein Beitrag, den nur Sally gepostet hat. Nicht, du kannst das ja gemeinsam mit einem anderen Instagram-Post machen. Und da sagte Murat, das habe ich mich auch immer gefragt. Aber ich habe es selber über die Zeitung erfahren. Erst haben es die Geschäftspartner erfahren. Einen Tag vorher dann die Mitarbeiter. Und die Bild-Zeitung hat es dann als erstes rausgehauen. Und ich wusste es, bevor sie es mir dann persönlich davon in Kenntnis gesetzt hat. Okay. Ganz schlimmer Satzbau. Und dann so ein Herz-Emoji. So, okay, gut. Und dann heißt das, Gyni wusste vor dir von der Trennung, ist anscheinend auch ein Geschäftspartner und ein Freund. Ja, er wusste es auch, aber ich bin niemandem böse deswegen. Jeder steht auf dem Lohnzettel und jeder hat eine Abhängigkeit. Das fand ich auch ein sehr interessanter Satz. Jeder steht auf dem Lohnzettel und jeder hat eine Abhängigkeit. Also Murat sagt ja im Prinzip, dass alle Menschen in Sallys Leben eigentlich auf ihrem, also so verstehe ich das, als er angestellt ist. Das verstehe ich und das ist auch okay und dann so ein Hand-Herz-Emoji. Ich bin niemandem böse deswegen oder nachtragen, das wiederholte halt öfter. Das habe ich auch den meisten gesagt, denen ich es sagen konnte. Okay, bis auf zwei oder drei, denen wünsche ich Kamelflöhr an den Hintern und ihre Arme sollen schrumpfen, damit sie sich nicht kratzen können. I'm so confused. Okay, okay, ja. Ja, richtig weird. Das heißt, er wirft Sally vor, das aus den Nachrichten erfahren zu haben. Ja. Er schreibt auch so Timestamps, so wann die Nachrichten, wann die SMS von Sally ankamen, wann die Bild-Zeitung das gepostet hat. Also richtig weird, aber ich lese es mal weiter vor. Okay. Dann verlinkt er in seiner Story so einen Bild-Artikel mit dem Titel, nach 16 Jahren Ehe aus bei Sallys Welt. Und das ist auch am gleichen Tag anscheinend gepostet. 22.11.20.45 Uhr mit dem Kommentar, 20.45 Uhr habe ich die Nachricht von der Bild-Zeitung bekommen, wie hier zu sehen. Dann nächste Story. Er postete ein Screenshot von angeblichen WhatsApp-Nachrichten von Sally an ihn. Man sieht es halt nicht, weil er es ungendlich gemacht hat. Und da steht dann 20.45 Uhr ihre Nachricht, dass sie es öffentlich macht. Drei Minuten später, da hatte ich es aber schon aus der Bild-Zeitung erfahren. Das heißt, er lässt es so aussehen, dass die Trennungsnachricht kam von ihr und dann gleichzeitig die Bild-Zeitung. Ich kann die Nachrichten leider nicht lesen, die Sally eben geschrieben hat. Ja. Oder es geht wahrscheinlich darum, dass sie es öffentlich gemacht hat. Das ist, weil er macht das jetzt ganz tricky. Genau. Du denkst nämlich bis zu dem Zeitpunkt, sie habe ihm gar nichts gesagt und er hat über die Presse erfahren, dass sie sich von ihm trennt. Aber jetzt plötzlich heißt es, ich habe von ihr erfahren, dass sie das öffentlich quasi mit den Medien kommuniziert hat. Also bei dem Q&A war das schon die Frage, warum habt ihr es nicht gemeinsam veröffentlicht? Aber ich finde, so wie er es schreibt, sieht das halt irgendwie so aus. Genau. Richtig komisch. Dann postete er ein Screenshot von Sallys Trennungspost und kommentierte, 21 Uhr öffentlich auf Insta, ich habe das Posting nie angenommen. Es war nicht meine Entscheidung und nicht meine Worte und nicht das Bild, das ich genommen hätte. Also das heißt auch da, er möchte halt quasi kommunizieren, Sally hat das alles im Alleingang gemacht. Was ich mir auch... Warum macht er das? Ich überlege halt gerade. Er will ihr eine reinwirken. Das ist das, weil du musst nicht jede Frage, die du bekommst, beantworten. Ja, ja. Er hat sich bewusst dazu entschlossen, diese Frage zu antworten, um ihr einen Stinkefinger damit zu geben. Und ich wette mit dir, wenn doch Murat mit Sally geredet hätte, können wir einen Weg finden, wir das gemeinsam kommunizieren. Als ob die gesagt hätte, nein. Das ist es. Ich glaube eher, dass er das nicht wollte, dass sie es öffentlich macht. Will Smith und Jada Pinkett-Smith. So in die Richtung. Ja, wobei, ich weiß, blick da bei den beiden nicht durch, obwohl irgendwie das doch, keine Ahnung. Und dass sie irgendwann mal gesagt hat, ja, aber Murat, ich möchte das öffentlich machen und ich mache das jetzt einfach so. Genau, ja. So könnte ich mir das vorstellen. Weil, ich schätze Sally auch nicht so ein, dass sie das im Alleingang machen würde, um was zu tun. Ohne Grund, ja. Vor allem ist sie so ein Mensch, die so bedacht ist auf ihr Image. Also ob man sie jetzt mag oder nicht, ist eigentlich egal. Es macht halt keinen Sinn. Es ist doch im Interesse aller, dass etwas friedlich gepostet werden kann in Zeiten von Social Media. Und vielleicht haben die Medien auch irgendwie Wind davon bekommen und sie unter Druck gesetzt. Das kann natürlich auch sein. Auch, kann man, ja, kann man nie wissen. Vor allem, als ob Sally zur Bild-Zeitung geht und mit denen aber spricht. Ja, irgendwas ist komisch an dieser Geschichte. Ich glaube, vielleicht hat sie Druck bekommen und sie war so, okay, bevor die das droppen, droppe ich das. Genau. Und natürlich will sie auch kein gemeinsames... Vielleicht hat sie ihn wieder gesucht und er war irgendwie auf dem Gelände unterwegs. Murat, ich habe dich gesucht, du warst einfach nirgends so aufzufinden. Ich war am Flügel-S. Okay. Nee, aber was hätte sie für ein Bild nehmen sollen? Sie hätte kein Bild, also gemeinsames mit den Kindern, auf gar keinen Fall. Die will die Kinder ja eh nicht mehr öffentlich zeigen, was super ist. Ein gemeinsames Bild mit Murat ist vielleicht auch nicht so passiv. Cringe. Vielleicht haben die auch kein gemeinsames Bild, weil die sich nie sehen. Und dann so ein öffentliches Bild zu nehmen, wäre irgendwie auch doof. Ich finde, also aus meiner Perspektive und aus deiner würde ich jetzt sagen, hat sie eigentlich alles richtig gemacht. Willst du sonst eine Trennung, die unschön ist, halbwegs elegant handeln? Ja. Also meine Vermutung ist, Murat wollte das nicht öffentlich machen oder wollte noch warten. Sie wollte das halt nicht, weil sie wusste, dass sie Leute im Wind bekommen. Weil es kommt ja auch immer so, Leute stellen im Internet dann Fragen. Wo ist Murat? Warum redest du nicht über Murat? Was geht ab mit Murat? Und dann wird es unschön. Ui, okay, okay. Okay, gut. So, und dann, das Ganze ist halt direkt nach der Trennung halt passiert, ne? So, und dieses Q&A ist aber vor ungefähr einer Woche gepostet worden. Das ist auch das, wo du auch hier das gesehen hast, wo der so ganz brav am Klavier sitzt. Wie voll süß. So, und da hat er halt auch am Anfang erstmal ein bisschen gesprochen und meinte, dass er seine Erfahrungen aus seiner Perspektive niederschreiben möchte. Ich finde, es klingt generell alles, was er gesagt hat, eigentlich sehr positiv Sally gegenüber. Es gibt nur so ein paar Momente, wo ich mir denke, okay, mal gucken. Genau, auf jeden Fall möchte er halt ein Buch schreiben über die letzten 16 Jahre mit Sally, wo ich einfach nur weiß, dass Sally gecringed hat, bis zum Gehtnichtmehr. Ich dachte, warum musst du das tun, Murat? Musst du das wirklich tun? Beide das doch für dich. Und er sagte, dass er eine Märchengeschichte erzählen möchte, weil sein Leben war ein Märchen mit Sally und zeigen möchte, wie toll es war. Toxic Positivity? Ja, unglaublich, durchwachsend, voller Liebe und Erfolg, sagt er. Ich meine, er hat nicht Unrecht? Ja, deswegen, also wenn ihr das jetzt hört mit Toxic Positivity, es fühlt sich sehr viel an und es ist sehr öffentlich. Und ich bin es immer noch nicht gewohnt, dass Leute in Deutschland ihre Liebesbeziehungen öffentlich nach außen tragen. Also auch bei Oliver Pocher, ich bin so überrascht, dass der das so krass macht. Naja. Ja. So, generell spricht er liebevoll über seine Vergangenheit. Er sagt aber auch, dass die Sache abrupt zu Ende gegangen sei mit ihr und er noch nicht weiß, warum es zu Ende gegangen ist. Mhm. So, er hat Tränen in den Augen, als er einen Fan zitierte, dass jemand wohl gesagt hätte, wenn Sally und Murat nicht schaffen, schafft das keiner. Ich meine, tatsächlich, es gibt manchmal so Paare, wo ich das immer denke. Aber dann trennen die sich und dann geht es ja trotzdem weiter im Leben. Ja, wenn sich Zendaya und Tom Holland trennen würde, wäre ich echt traurig, weil die so toll sitzen. Ja, ich weiß, aber... Hast du das bei gar keinem Paar? Ich mag den Satz nicht, weil das ist so... Wie viel mehr Druck sollen wir Pärchen eigentlich noch machen? Achso, ja, natürlich. Wirklich diese Edits auch von Zendaya und Tom, diese AI-generierten Hochzeitsbilder und Kinderbilder und so. Das ist richtig schlimm. Da ging ja auch das Gerücht drum, dass sie sich getrennt haben. Das ist richtig krass. Und dann hat aber Tom sie halt in einem Interview erwähnt und war auch... Okay, okay. Genau, also er betont halt wieder, dass er die Geschichte aus seiner Perspektive erzählen wird, ohne mit Dreck um sich zu werfen. Okay. Ich bin der Meinung, das kann man nicht verhindern. Das geht gar nicht. Vor allem, wenn er halt sagt, dass er es nicht versteht. Er könnte dann so Dinge erzählen wie, ja, Sally und ich saßen am Küchentisch und ich habe ihr ganz gespannt von irgendwas erzählt und sie war sauer und bla 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 und das ist ja dann so eine einseitige Perspektive und dann wird Sally zwangsläufig doch als böse Frau dargestellt. So stelle ich mir das halt vor. Er ist so ein richtiger Motivator und an sich scheint er halt wirklich süß zu sein. Das ist also mein Gedanke, aber er hat extrem viele Emotionen und ich hasse es, Männer dafür zu kritisieren, dass sie viele Emotionen haben. Es ist nur ein bisschen, auch wenn es eine Frau wäre, es ist ein bisschen much, aber okay. Oh Gott, ich habe irgendwie Angst vor den Sally Nathos. Gibt es die? Ich glaube, ja. Murat Nathos. Don't come for us. Don't come for us. Das ist aber, ich kenne ihn nicht, das ist einfach mein Eindruck von ihm. Er ist ja trotzdem ein guter Mann, das glaube ich auf jeden Fall. Guter Vater, alles. So, und ich finde auch, dass, also die Trennung war jetzt November, Ende November und dann halt sechs Wochen später kommt halt seine Buchtour quasi oder seine Ankündigung. Ich weiß nicht, ob der vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, um das für sich zu verarbeiten. Oder ob er es vielleicht doch länger kannte, als er tut. Keine Ahnung. Und was mich auch ultra irritiert hat, jede Story hat so eine übertriebene, epische Filmmusik. Und da kommt das, was du sagst, das ist too much of. Wirklich. Und zwar, da gab es wirklich Filmmusik von Christopher Nolan. Kann ich leider nicht spielen. Genau. Dumm, 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 dumm. Aber ich weiß nicht, ich könnte das spielen. Das war auch von Shawn Mendes. Das gab es auch hier Stitches. Please have mercy on me. So voll. Und ich musste mir die Story voll oft angucken, weil ich das halt abgezippt habe. Und ich nehme mir jedes Mal so, oh. Gott. So. Oh mein Gott. Und dann spricht er, wie die Situation mit den Kindern ist. Sally wohnt in einer Wohnung, die wohl etwas größer sei als seine. Das mit der Wohnsituation habe ich gar nicht verstanden. Ich verstehe gar nichts. Weil der hatte ja das Haus. Genau, man kommt da rein und dann haben die da ein kleines Haus. Welche Wohnung? Wo ist eine Wohnung? Das sind die Murat und Sally Nators. Erklärt uns mal die Wohnsituation, aber das habe ich auch nicht verstanden. So Sally Nators. Ich muss ja gerade in die PowerPoint-Präsentation gehen, ob das die Screenshots sind, die ich schon. Ich glaube, ja. Genau, gehen wir mal in When Murat Met Sally. Kennst du den Film bei Harry Met Sally? Ja. Das war eine Anlehnung. So heißt die PowerPoint-Präsentation. Dann siehst du nämlich auch da drüber, welche Lieder da liefen. Okay, When Murat Met Sally. Ich weiß nicht, ja. Voll süß, ne? Die Trennung, die schmerzt. Oh, das ist gut. Ja, ne? Genau, Mama Slide 4. Ja. Ähm, genau. Wieso sind die Kinder nicht bei dir und schlafen bei der Tante mit Sally? Du hast ja den Platz. Und dann meinte er, die Kinder sind halt mal bei mir, mal bei Sally. Wir zeigen sie nicht in der Öffentlichkeit. Ähm, genau. Und hier. Und ich denke, das ist auch richtig so. Inzwischen bezieht Sally auch ihre eigene Wohnung, die so groß ist wie meine. Ich glaube sogar etwas größer. Und dann habe ich nicht verstanden, warum muss sie das sagen? Was, worauf wollen wir hinaus jetzt? Ja. Aber gut. Wichtig ist, dass es den Kids gut geht. Sie brauchen eine Mama und eine Papa und wir schaffen das auch aufzudammen. Ich glaube, er tendiert dazu einfach zu Oversharing. Ja, also wirklich Oversharing. Ja, ich glaube, dass er nicht so viel bei den Dingen denkt, sondern einfach, einfach shared. Definitiv Titel seiner, seiner Story hier. Oversharing, genau. Dann, wann hast du bemerkt, dass du alleine sein wirst? Oh Gott, warum fragt man sowas Leute? Wie, oh, oh, oh. Ja, wirklich. Ja, aber manchmal stellen Leute auch Fragen, wo ich mir denke, okay. Zum gleichen Zeitpunkt wir auch. Aber dann sagt ihr, Männer, sagt er, Männer merken es leider erst sehr spät, dass es kriselt oder fünf vor zwölf ist. Anscheinend sind wir von der Evolution anders gepolt. Nein, sind wir nicht. Seid ihr nicht. Auf gar keinen Fall. Vielleicht war ich auch zu verliebt. Ach so. Girl. Frauen kämpfen, und dann sagt er aber wieder, Frauen kämpfen viel länger für eine Beziehung, aber es war zu spät und auch so selbstkritisch muss man sein. Ach so. Aber auch dazu gehören immer zwei, nicht nur einer. Alles andere wäre dumm. Also wirklich der Ping-Pong die ganze Zeit irgendwie. Es ist sehr komisch. Dann, wieso bleibst du im großen Haus? Okay, die Frage verstehe ich sogar, weil es ist irgendwie, ne? Das Haus ist das Haus meiner Kinder und mein Haus. Ich habe alles abgegeben. Alles das Unternehmen, das Auto, das Handy, gestern die Kaffeemaschine, das WLAN, Spotify, Netflix, not Spotify. Einfach alles, was wir zusammen aufgebaut haben. Es war unsere Geschichte und ich hatte einfach auch die Angst, dass meine Geschichte gelöscht wird, was ich mir aufgebaut habe. Und ich wollte, dass die Kinder einen Rückzugsort haben, damit sie gerne bei mir sind. Während Sally arbeitet, können sie bei mir sein. Wie ihr aus den Videos kennt, habe ich sehr viel Herzblut da reingesteckt, jeden Tag. An Geld mangelt es, glaube ich nicht. Okay, das verstehe ich sogar, weil ich versuche halt immer so, die Rollen zu tauschen. Ich stelle mir vor, Murat ist eine Frau und Sally ist ein Mann. Es sind sehr heteronormative Strukturen, wie wir jetzt gerade immer erwähnen, aber mir fällt es dann leichter, das so vorzustellen. Ich kann das halt verstehen, wenn so die typische Frau, die das Haus geschaffen hat, die das Haus zu einer Heimat gemacht hat, dass das so wichtig ist für die Person. Du kannst dich ja auch immer gut identifizieren mit sowas. Deswegen fand ich das jetzt an sich auch nicht problematisch, dass Sally ausgezogen ist. Also die hat eine ganze Stadt gebaut. Die kann ihre eigene Straße bauen, ihr eigenes Alles. Das ist who cares. Oh mein Gott. Genau, dann nächstes Slide. Hast du noch Kontakt zu Sallys Eltern bzw. Vater? Ja, ich liebe sie über alles, als wären sie meine eigenen Eltern. Also alles gut. Dann fand ich die Frage auch interessant. Warum suchst du die Fehler bei dir? Hast du vorhin in einem Video gesagt. Warum denn nicht? Warum soll man nicht die Fehler bei sich suchen? Ja. So, und dann, weil ich den Fehler erst immer bei mir suche. Das habe ich schon immer gemacht. Ich weiß, dass es nicht immer richtig ist. Okay, eigentlich immer ist es richtig. Aber klar habe ich sie auch gemacht. Wenn jemand behauptet, er hat keinen Fehler gemacht, ist das eine Lüge. Auch wenn jemand behauptet, das wäre alles nur mein Verdienst, ist das falsch. Es gehören immer zwei dazu, eine Partnerschaft gehen immer mindestens zwei Personen ein. Da gibt es kein Ich, sondern wir. Auch nichts zu tun und zuschauen ist manchmal auch ein Fehler. Das muss man sich selber hinterfragen. Okay. Also so ein bisschen reflektiert ist er definitiv. Ja. Genau, dann gehen wir hier zur Social-Media-Reaktion. Mhm. So, der Live-Ticker zeigt Wirkung. Sally wird online komplett auseinandergenommen, zumindest zum Beginn. Und eine riesige Hasswelle geht los. Dann hier Zitat. Als Letzter erfahren, dass du dich trennst. So schäbig von ihr. Oder, und da willst du uns was von Zusammenhalt erzählen. Normalerweise erfährt der Mann als Erster von der Trennung und dann alle anderen. Darauf kommentiert Sally mit zwei Smilies, die die Augen verdrehen. Zurecht, ne? Auf jeden Fall. Dann, äh, auf einen ähnlichen Kommentar antwortet Sally, die Wahrheit bedarf nicht viele Worte. Die Lüge kann nie genug haben. Oh. Mike, du rob. Bei der Frage, du wirkst im Gegensatz zu Murat Happy, ist das so? Antwortet Sally. Das ist so ihr, würde ich sagen, bestes Statement. Jeder geht mit seinem Schmerz anders um. Auch ich bin emotional. Aber werde meine Plattform dafür nicht missbrauchen. Missbrauchen. Ja. Sallys Welt ist ein Happy Place für alle. Natürlich geht es auch mir mal schlecht. Auch ich bin mal traurig. Ausgelaugt. Motivationslos. Aber das habe ich in den vergangenen elf Jahren nicht hier ausgetragen. Und werde es auch nicht. Meine ganz privaten Belange haben nichts mit meiner Social Media Tätigkeit zu tun. Hier teile ich weiterhin meine Leidenschaft mit euch. Bin für mein Team und Unternehmen da. Und versuche euch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Euch zu motivieren und zu inspirieren. Und trotzdem darf ich auch ich Mensch sein und meine Gefühle zeigen, wenn ich möchte. Ja. Da habe ich ein paar Kommentare rausgeschrieben. Sie hat Wirtschaftsmedaille verliehen bekommen. Murat wurde nicht mal erwähnt. Ohne ihn wäre sie nie so weit gekommen. Ist er jetzt allein im großen Haus? Ohne Murat wäre Sally nie dort, wo sie jetzt ist. Das funktioniert nur so lange, bis einer einen neuen Partner hat. Außerdem müsste Sally ihn ausbezahlen. Dann wäre sie pleite. So. Er hat ja keine Anteile in ihrem Unternehmen. Ja, ich verstehe gar nichts. Er ist ja nur Angestellter. Murat bekommt die Hütte im Garten, damit Sally weiterhin glänzen kann. Denkt ihr alle, Sally hätte ohne Murats Unterstützung es soweit geschafft? Er hat sich im Hintergrund um vieles gekümmert. Genau wie auch die Kinder. Meint ihr, Murat hätte es soweit in seinem Leben geschafft ohne eine Sally? Er wäre jetzt noch auf dem Bau und würde 40 KM im Jahr verdienen. Sorry to say it. Ja, aber vor allem hat irgendjemand Murat runtergemacht. Nee. Hat Sally in irgendeinem... Also Sally hat einfach nur verkündet, dass sie sich getrennt haben. Nichts anderes. Diese Leute reagieren eigentlich nur untereinander auf ihre eigenen Kommentare und streiten sich. Aber verstehen gar nicht, dass Sally das doch gar nicht gesagt hat. Ja. Ich könnte es voll verstehen, wenn man pro Murat jetzt ist, wenn Sally jetzt irgendwie ein Interview geben würde... Ja, aber nicht Sally hat das gesagt, sondern Murat hat das gesagt. Murat hat all diese Wut in die Köpfe dieser Menschen gepflanzt, indem er sagt, ich musste alles abgeben, ich habe von nichts erfahren, ich hatte Angst, alles zu verlieren und deswegen bleibe ich in dem Haus. Genau richtig. Und das sind die Reaktionen auf das, was er gesagt hat. Genau richtig. Schwierig. Genau. Dann pro Sally. Das war ein Kommentar zu Murat. Er macht also den Julienko. Ja. Ja. Voll cringe, wie immer alle die Frauen nach der Trennung haten. Er hat sich immer übel in den Mittelpunkt gestellt. Wo war er im Schatten? Sally hat das alleine geschafft. Okay, gut, muss man jetzt auch nicht sagen. Das ist wieder dann die andere Seite. Das sind halt die Leute, die miteinander streiten. Ja, ja, ja. Er stand definitiv nie im Schatten. Sie hat ihm sehr viel Raum gegeben für seine Selbstdarstellung, obwohl die Bekanntheit alleine auf ihr basiert. Ja, so war das. Dann viele fanden das auch unangenehm. Alle haben geheult. Sally wird den aus dem Haus schmeißen, das er ihr gebaut hat. Und jetzt, wo jeder weiß, dass Murat im Haus lebt und Sally auszieht, finden alle neue Gründe. Immer ist die Frau scheiße. Ich finde es immer krass, dass die Frau immer als böse dargestellt wird. Schlimmer noch, eine Community, die denkt, er hätte Sally aufgebaut und sie wäre nichts ohne ihn. Ich finde Sally hammermäßig, vor allem ohne ihn. Das ist doch alles nur, um Mitleid zu erzeugen. Der arme kleine Murat. Sally macht es viel schlauer, sie sagt nämlich gar nichts dazu. Finde ich nämlich auch. Ja. Es gibt nämlich nichts zu sagen. Nein. Das sind Dinge, die soll er mit ihr ausdiskutieren. Vor allem, ich habe die Trennung, hier diese Annonce gesehen, diesen Post gesehen und auch die Artikel dazu. Und dachte mir, ja, okay. Trennung. Ja. Schade. Das passiert halt bei diesen parasozialen Beziehungen, die man hat. Du bist Teil von ihrer Beziehung seit elf Jahren. Es gibt Leute, die folgen denen seit fünf, zehn, keine Ahnung wie vielen Jahren. Ja, aber ich denke mir halt, ich habe zum Beispiel hier die Trennung von Liza, Koshy und David Dobrik. Ich fand die so toll früher. Nicht mehr. Also Liza, ja, David nicht mehr. Und ich war wirklich traurig. Ich weiß. Boah, ich bin aufgewacht. Vor allem, weil aber die Videos von den beiden und von dieser ganzen Vlog-Squad ja voll so mich inspiriert haben, mehr in meinem Leben zu machen, mehr Spaß zu haben, weil ich irgendwie immer gearbeitet habe. Warum auch immer. Und da habe ich dann wirklich ein Bündnis gespürt. Aber ich habe dann halt kommentiert, voll schade. Ja. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, ihr bleibt Freunde. Warum kann man das nicht so machen? Ich habe da nicht gesagt, scheiß Liza, Bitch, warum trennt ihr sich von ihm? Ich glaube, die Leute tragen ihre eigenen Kämpfe da aus. Ja, auf jeden Fall. Ihre eigenen Verletzungen, die sie ertragen haben, nachdem sie verlassen wurden. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen, warum Leute so fucking wütend werden. Und die Medien, jetzt die traditionellen Medien, nutzen halt dieses Sentiment Promulat für sich aus. Vor allem die badische, neueste Nachrichten. Ging gar nicht. Der Titel. Tränen bei Sallys Mann. Jetzt spricht Murat aus Waghäusel über ihr aus. Tränen. Natürlich. Bei Pocha wird ja auch so berichtet. Jetzt weint Pocha und Amira im Liebesglück in Südafrika. Genau, richtig. Und dann im Inmeln-Artikel weisen die halt zuerst auf diesen Auftritt von Murat im SWR-Nachtcafé mit dem Titel Aufbruch in ein neues Leben. Also so sieht man halt direkt, er nutzt, gut, wenn du eingeladen wirst, dann gehst du vielleicht auch hin. Aber er nutzt offenbar diese neue Situation, um halt, ne, er sagt das ja auch in seinem Q&A. Ja, also er, gut, er sagt, er will halt Leuten helfen. Kann auch Leuten helfen, man kann auch Geld verdienen gleichzeitig. Aber genau, er ist cashing in. Und in einem Nachtcafé räumt er ein, wir hatten auch vorher schon Probleme. Aha. Aber ich hab die Probleme nie gesehen. Aha. Für mich war das normal. Und ich kann es mir heute noch immer nicht richtig erklären. Also was jetzt? Was denn jetzt? Ich blicke nicht durch. Weil ich glaub, er versteht es nicht. Nein. Ich glaub, er, er, das ist das Richtige zu sagen, es gab Probleme, weil anders würde es nicht Sinn machen, aber eigentlich hab ich sie nicht sehen. Genau. Und eigentlich wusste ich auch davon irgendwie nichts. Aber es ist das Richtige. So die ganze Zeit. Genau. Was? Ich weiß nicht. Und Ohren zu. Genau, genau. Genau, er spricht dort halt von... Er ist immer hinter den Gardinen versteckt in Silicon Valley. Er spricht von einer Traumbeziehung mit Sally, nennt sie die beste Mutter überhaupt. Und in dem Artikel, also der Artikel beschreibt halt auch so ein bisschen, wie viel, das ist halt generell das Sentiment, was alle vertreten. Die haben doch gerade so viel aufgebaut zusammen. Es ist doch so viel, so viel ging gerade bei den beiden. Vor allem bei Murat. Und jetzt macht Sally Schluss und zerstört alles. Das ist halt so dieser Gedanke dahinter. Und vor allem, wenn man halt auch nur Sallys Welt googelt, findet man wirklich Durchweg-Nachrichten und so überrumpelte Sally ihren Noch-Ehemann Murat. Das zerstörte Sally. Sally ist Schuld an allem. So. Dann habe ich die neuesten Stories von gestern, wo ich noch recherchiert hatte. Da hatte der wieder mit super sentimentaler Musik so wieder auf Fragen geantwortet. Genau. Und wie er es schafft, nochmal neu anzufangen und so. Genau. Und dann war er im Podcast von Ben Kauer, wo er betonte, dass er jetzt stark sein muss, um anderen Menschen in seiner Position zu helfen. Wow. Ich bin so geschockt, dass wir jetzt fast eine Stunde über die Trennung zweier Menschen geredet haben. Also, macht dir mal die Absurdität dessen bewusst. Ja. Dass wir hier sitzen und darüber reden und dass Leute sich online aufregen und streiten und die Menschen wirklich durch den Kakao ziehen. Wir haben eine Sally, die literally gar nichts sagt, außer, das ist gerade Stand der Dinge. Und dann hast du einen Murat, der das einfach für sich ausschlachtet. Ja. Und dass Leute das nicht rallen, ist crazy. Ich glaube eben auch nicht, dass er böse Absichten hat. Sondern, dass er einfach diese Gefühle hat. Ich bin ja generell nicht viel zu verstehen. Ja, anscheinend. Das wiederholt er die ganze Zeit. Ich verstehe nichts. Es gab Probleme, aber ich habe dich gesehen. Ich wusste von dem Problem. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. So, und deswegen frage ich mich, ob er versteht, was er ihr damit antut, wenn er das macht, was er macht. Und ich, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich eine Entwicklung gerade feststellen kann bei ihm. Oder, weil er spricht ja auch positiv über Sally. Voll, voll, voll. Das sagt man ja auch nichts dazu. Und würdest du denn sagen, dass es jetzt gerade entspannter auch bei Sally ist? Oder sind die Leute noch so aufgeheizt? Also ich sehe ja viele Kommentare. Also es kommt darauf an, welches Video dir anguckst. Das stimmt. Pro oder Contra. Also ich würde jetzt sagen, so die größte Welle ist vorbei. Die war wahrscheinlich bei dem Live-Ticker-Ding. Genau richtig, ja. Da haben die Leute, wenn sie richtig aufgeheizt gewesen sind. Ich würde gar nicht wissen, wie seine Storyviews waren. So 500.000. Also ich finde, wenn wir das mit Oliver Pocher jetzt vergleichen, weil sie eine ähnliche Situation sehen, da merkst du auf alle Fälle eine Entwicklung. Er war am Anfang schon nicht so geil. Er war jetzt auch nicht krass gemein. So wie Oliver Pocher das zum Beispiel ist. Aber er hat zumindest geschafft, das Ruder zu lenken und zu sagen, okay, wir lieben uns und ich liebe sie, sie ist wunderbar. Wie kann ich jetzt, er spricht jetzt aus einer Ich-Perspektive. Genau richtig. Wie kann ich da gestärkt rausgehen und wie kann ich euch helfen? Und sein Ziel war es, glaube ich, mit diesen Storys nicht Sally runterzumachen, sondern er wollte Mitgefühl haben. Er wollte halt hören, so, wir sind für dich da. Und er ist wirklich immer sehr eng mit seiner Community und so. Ja, vielleicht hat er auch, wie gesagt, Angst einfach zu verschwinden. Ja, das glaube ich auch. Wenn er weg ist, dann gibt es ihn nicht mehr. Ja. Und jetzt holt er sich seinen Platz in der Öffentlichkeit halt dadurch wieder. Was vollkommen legitim ist. Ich kannte Murat nicht. Ja. Ja, das stimmt. Ich kannte, ja. Keine Ahnung. Ich habe das das erste Mal auf einmal Murat. Viele haben geschrieben, wer ist Murat? Warum ist der wichtig? So, keine Ahnung. Ich kenne halt nur Sally. Ja, und jetzt schafft er sich seinen eigenen Platz dadurch. Ganz ehrlich, wenn er für Männer eine Hilfe sein kann, Probleme zu sehen, Frauen zuzuhören. Ich hoffe, dass das sein Learning ist, Frauen zuzuhören, mit ihnen zu kommunizieren, dann fände ich das super. Ja, vor allem dieses zu navigieren, so, wie gehen wir halt mit diesen umgedrehten Rollenverteilungen jetzt um. So, wie machen wir das? So, wie respektiert man seinen Partner, obwohl er irgendwie die traditionell weibliche Rolle jetzt eingenommen hat? Irgendwie gibt es da vielleicht Probleme? Ich könnte mir halt wirklich, das ist jetzt meine Interpretation, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass für Sally es einfach irgendwann mal zu viel war, jemanden zu haben, der irgendwie, ja, immer ihr den Rücken frei hat und alles halt, ne, so diese Beziehung ist ja dann halt auch weg, aber auch vielleicht so ein bisschen, dass sie nicht so auf Augenhöhe vielleicht waren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein? Nee. Das nicht. Du hast es ja auch Sally mal so durchgeguckt, ne? Ich glaube, dass die beiden sich krass respektieren. Beide haben voneinander viel gelernt. Ich glaube einfach, dass die zu lang zusammen waren, zu früh zusammengekommen sind, dass die sich einfach weiterentwickelt hat. Ich meine, bei den Jan Böhmermann-Kochschau hatte ich das Gefühl, dass beide miteinander flirten. Jan Böhmermann und Sally? Ja, da war schon Funkeln in den Augen von ihr und von ihm. Und ich denke mir halt einfach, dass sie bereit ist für was Neues, dass es vielleicht ganz einfach ist, wirklich ganz simpel. Sie war zu jung, sie hat sich verändert und vielleicht, ja, wahrscheinlich auch nicht mehr viel Sex, wahrscheinlich auch gar nicht mehr, die sind wahrscheinlich auch viel mehr beste Freunde, Partner und Geschäftspartner. Und es ist auch okay, mit dem Partner aus dem Grund Schluss zu machen. Amira war ja auch, also zwar nicht so jung, aber die war ja auch jünger, als sie mit ihm zusammengekommen. Ich glaube 25 oder so. Genau. Und sie hat Abi gemacht. Wie jung war diese Frau? Und ich glaube einfach, dass sie bereit war, jetzt was Neues zu machen. Und ich finde es auch okay, dass sie das nicht erzählt. Das ist unsere Spekulation. Genau, genau. Ich weiß auch nicht, ob das helfen würde, wenn sie mehr darüber reden würde. Ich würde es sein lassen. Nee, ich würde da gar nicht mehr drüber reden. Ja, ja. Wirklich, der muss jetzt seine, ja, das wird nochmal interessant, wenn er das Buch rausbringt. Ja. Sollte er das Buch rausbringen. Sollte er das Buch rausbringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sally das ohne, wenn und aber, einfach hinnimmt. Wahrscheinlich macht er einen Podcast. Ich sehe schon einige Formate, die er machen würde. Dass er wirklich in die Live-Coach-Motivations-Coach. Ja, aber soll er auch. Ich finde schon, er kann so als Spielerfrau, kann er jetzt mal erklären, okay, wie machen Männer das? Wie können Männer irgendwie im Hintergrund arbeiten, wenn die Frau glänzt? Wie geht das halt alles? Welche Fehler hat er gemacht? Was würde er jetzt anders machen? Weil ich glaube auch, ein großer, nicht großer Fehler von ihm, aber generell so dieses Problem, dass man sich halt eine eigene Identität schaffen muss, so fernab von seinem Partner generell. Und das hat er vielleicht nicht unbedingt irgendwie gut genug geschafft. Ich weiß es nicht, aber ich glaube auch, wie du gesagt hast, die haben sich auch, oder wie sie gesagt hat, die haben sich auseinandergelebt. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Wenn du so ein Perium aufbaust, ich meine, wenn man sich überlegt, so Elon Musk und Co., deren Beziehungen halten auch nicht ewig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Fluch, so wenn du so erfolgreich bist, ich weiß nicht, ob du wirklich lange eine Beziehung überhaupt durchhalten kannst. Vor allem, wenn du halt Geschäftspartner bist. Ja. Also, wenn Kinder schon dazukommen, hört man oft, dass Partner sich verlieren in diesen Elternrollen und nur schwer wieder zueinander finden können. Und wenn on top dann noch ein ganzes Imperium, so ein krasses Unternehmen mit über 140 Mitarbeitenden kommt. Ja, vor allem, sie hat ja… Und du noch mehr planst. So, ich glaube, die haben sich einfach als Liebespartner verloren. Ja, glaube ich auch. Sie hat ja auch betont, dass diese ganzen Menschen halt auf sie ja auch lasten. Sie sagt ja auch, dass sie nicht so wirklich viele Kooperationen ja auch annimmt und so, dass das alles aus ihrem Merchandise, das alles aus ihrem Verdienst ja kommen muss. Ja, ich kann mir diesen Druck gar nicht vorstellen. Wir machen jetzt Feierabend für mehr Popkultur-Content. Abonniert uns auf YouTube, Instagram und TikTok, hinterlasst uns einen Kommentar. Und zwar, wie schätzt ihr die Sache ein? Findet ihr, dass Murat sich okay verhalten hat? Was sagt ihr dazu? Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Okay, ciao!